Ja, hallo zur Session Securities.seo. Ich knüpfe dort mal an dem Vortrag von David an und habe diesen Vortrag vorbereitet. Er kam schon mal vor vier Jahren in Köln, ist jetzt auf die aktuellen Begebenheiten angepasst, geändert worden, was nicht mehr so lang zeitgemäß ist und ich hoffe, dass ihr da viele weitere Fragen habt. Ansonsten gibt es noch weitere SEO-Vorträge natürlich von Ufuk und Oliver, die noch heute stattfinden. Ich gehe gar nicht so tief auf SEO ein. Ich sage nur, was es für Auswirkungen haben könnte. Weil entscheidend tut im Endeffekt die Suchmaschine. Ja, kurz zu mir. Ich habe die Ufuk München mit dem Tom zusammen gegründet, haben vor, ich glaube, über neun Jahren junasecurity.de im Endeffekt gegründet, um im Endeffekt den Leuten Informationen zu geben, wie sie ihre Juna-Webseite sicher machen können. Vieles davon, was wir auf der Webseite vor Jahren mal gemacht haben, ist Gott sei Dank heute alles in Juna-Pro irgendwie drin. Also viel gibt es da fast gar nicht mehr Neues irgendwie, was man da hinzufügen kann. Ja, und Unternehmer und ja, vertreiben seit kurzem halt die YubiKeys. Ist Sicherheit Suchmaschinenoptimierung? Ja, warum? Vielleicht hat der eine oder andere schon mal diese Meldung gesehen. Jemand schon mal die Meldung gesehen im Browser? Doch ein paar. Meistens, also die Meldung ist jetzt im Endeffekt das Google-Safe-Browsing. Wenn Google auf der Webseite Schadcode gefunden hat, wird diese im Endeffekt so markiert, was natürlich nicht Google ist. Google scannt halt ein bisschen mehr und sagt, okay, wird markiert, der Betreiber, wenn er ein Google Webmaster-Konto hat, kriegt eine E-Mail darüber. Wenn er kein Google Webmaster-Konto hat, kriegt das nicht und sieht es erstmal nicht. Das ist natürlich ein Problem, weil das kriegt erstmal jeder andere User angezeigt. Das schnellste im Endeffekt, wie man das wegkriegen kann, ist natürlich sofort Google Webmaster-Konto anlegen, schauen, was ist die Meldung und dementsprechend natürlich, sofern der Hack berechtigt ist, sofort zu beseitigen. Das Ganze kann man auch für jede seine Seiten im Endeffekt prüfen. Man gibt das im Endeffekt oben die URL ein und es kommt im Endeffekt die Meldung. Kein schadhafter Inhalt im Endeffekt auf der Webseite gefunden. Man sieht das da so schön, wann ich das mal getestet habe. Am 11. Juli, falls die hinteren Reihen das nicht sehen können, war der Stand von Google, 11. Juli und ich habe es getestet am 15.19. Äh, genau. Was hat damit vorhin was von vier Stunden erzählt? Ja, dementsprechend weiß man, wie man das mit Google Safe Browsing halten soll. Ich halte da nicht allzu viel von. Das Problem ist, dass Google das aber hernimmt und dadurch seine Schlüsse für die Webseite zieht. Ist ein Problem. Was bedeutet das? Google sucht nicht nur nach Inhalt, sondern auch mal Schadcode auf der Webseite. Beim angeblichen Fund, ich habe das mit Absicht mal in Klammer eingesetzt. Es gibt auch dort False-Positiv-Erkennung. Ähm, selber schon so einen Fall gehabt, dass dort diese Meldung gekommen ist und eigentlich war es nur ein JavaScript, was Google nicht richtig erkannt hat. Und schon hast du eine Meldung gehabt und hattest ein riesen Problem. Google Webmaster Tools kann ich eigentlich jeden nahe liegen, der eine Webseite hat, weil man kann da halt noch ein bisschen mehr sehen, als nur sowas. Was passiert im Endeffekt durch dieses Ganze, was dort von Google im Endeffekt passiert? Wenn diese Meldung nicht innerhalb kürzester Zeit bearbeitet wird vom Webmaster, passiert eine erhebliche Positionierungsverschlechterung. Das habe ich selber feststellen können bei Kundenseiten und halt auch, dass die komplett aus dem Index entfernt werden. Dann wieder reinzukommen dauert oder auch gar nicht. Entscheide Google. Das ist halt so ein schwieriges Thema. Das heißt, alles, was David im Vortrag davor gesagt hat, sollte man natürlich tun, damit sowas erst gar nicht auftritt. Darüber sollte sich, sage ich mal, jeder im Klaren sein, dass halt solche Sachen Auswirkungen haben. Der nächste Knackpunkt ist Meldung von Security Software. David hat es vorhin so schön hinten irgendwie in der Ecke gesagt, das Bild passt sogar, war nämlich der gleiche Anbieter, der es gesagt hat. Wenn eine Webseite Schadcode hat, erkennt das ja nicht nur Google, sondern auch lokal installierte Security Software oder auch Appliance, die irgendwo in Firmen stehen. Was passiert dadurch? Die Webseite kommt intern auf eine Blacklist. Das Problem ist, dass diese Blacklisten durchgereicht werden. Also viele greifen, also es gibt einige, aber viele Anbieter greifen halt immer auf diese Blacklisten zu. Die Daten werden ausgetauscht. Das ist wie bei Google Safe Browsing. Die Daten werden aber nicht ständig aktualisiert. Also es gibt Anbieter, die arbeiten mit Datenbanken von vor acht Monaten. Macht Spaß. Dementsprechend hat man da ein Riesenproblem. Es werden falsche Werte ausgegeben. Google liest auch diese Datenbanken aus und prüft das natürlich mit eigenen Datenbanken ab. Und wenn Google sagt, okay, in dem Falle der nette russische Anbieter dort hat gesagt, da ist irgendwie Schadcode drauf. Ich tue das auch bei mir melden. Passiert wieder das Gleiche. Positionierung verschlechtert sich. Die Webseite wird unter Umständen aus dem Index genommen, um weiteren Schaden an andere User zu verhindern. Also kann man nur sagen, schleunigst die Webseiten sicher halten, Updates, Backups etc., dass sowas nicht passiert. Also der Kreis ist hier extrem groß, was dort passiert. Ich habe extra den Hinweis eingebaut. Nicht, weil es David vorhin gesagt hat, ich habe es schon vorher gehabt. Wir haben mal vor Jahren so einen lustigen Test gemacht. David ja auch so schön gesagt hat mit der Robots, man schmeißt das rein und die Suchmaschinen lesen dann die Subdomain oder sonstiges nicht ein. Ja, das ist Security by Obscurity, wie man das so schön nennt. Dieses Verstecken, das ist genau dann nicht das. Einige böse Bots halten sich komischerweise da dran. Bis heute. Ich habe es nicht verstanden, warum. Da werden wirklich, also ich gebe in der Robots.txt ein, du böser Bot X, indiziere bitte nicht meine Webseite, weil ich mag dich nicht. Es gibt einige Bots, die halten sich dran. Habe ich nicht verstanden, warum. Weil eigentlich der ein Geschäftsmodell, weil haben wir auch gelernt, wollen ja Geld damit verdienen. Machen wir das aber. Wie kann man das im Endeffekt, warum haben wir das im Endeffekt gemacht? Weil wir, also die Robots.txt, die da im Hintergrund ist, ist die von Subdomain Security. Kann ja jeder einsehen, einfach nur Robots.txt hinter der Domain ran. Und haben wir einfach mal diese ganzen Crawler da einfach mal so reingehauen, um einfach mal zu schauen, was passiert. Teilweise total. Nutzlos. Bei manchen Sachen hat es funktioniert, was mich wie gesagt gewundert hat. Aber wir konnten halt irgendwie den Traffic reduzieren. Das fand ich faszinierend. Also unnützen Traffic. Unnütze Besucherzahlen, die irgendwo dann aufgelistet sind. Fand ich ganz interessant. Und dadurch konnten wir auch nachweislich vor, wie gesagt vor vier Jahren war es ungefähr, wo die Angriffe extrem zurückgegangen sind. Konnten zwar nicht nachvollziehen warum. Es macht aber, wie gesagt, für die Bots eigentlich keinen Sinn. Wenn man da schon halbwegs, wenn wir nochmal zurückgehen, was im Endeffekt dagegen machen will, ist im Endeffekt ein HT-Access-Schutz. Und diese Bots dann wirklich richtig aussperren und sagen, nein, du darfst nicht. Die Sache hat aber nur einen Haken. Einige kommen jetzt hier und sagen wirklich, hallo, ich bin der AA-Crawler und den kann ich dann dementsprechend markieren und sagen, du kriegst halt eine 404-Seite oder 403 oder ich leite dich auf Google um und weg. Macht aber kaum einer. Die meisten kommen mit dem User-Agent von Firefox, Chrome etc. Das heißt, das ist eigentlich sinnlos. Aber bei manchen funktioniert es. Kann man machen, muss man nicht. Auf jeden Fall hat uns das einiges gezeigt, dass wir die Juma-Security.de aus vielen solcher unsinnigen Verzeichnissen entfernen konnten, die wir einfach sinnlos erachtet haben, warum wir da drin stehen. Das ist dann wieder so Bad Neighborhoodlings, die dann da irgendwo in ganz dubiosen Fällen auftauchen. War ganz interessant. War mal einfach so eine Resonanz daraus. David hat es ja auch so schön gesagt, HT-Access einschalten bringt natürlich im Endeffekt nur bedingt was, wenn die Seiten da im Endeffekt gescored werden. Wenn man Seiten hacken will, Juma-Standard hat ja so ein schönes Beispiel damit. Index.php? Fragezeichen.options. Google ist da sein Freund. Das zeige ich gleich. Ich sage mal, das ist natürlich keine SEO-optimierte URL, brauchen wir nicht reden. Da steht nichts drin. Unten ist dann das richtige Ergebnis. Wenn ich das haben will, muss ich halt im Endeffekt die HT-Access aktivieren. Also umbenennen von der Textdatei und den Backend aktivieren. Und dann sieht das auch schön aus. Ich habe letztens wieder so einen Fall gesehen. Da wurde nur die Suchmaschinenoptimierung aktiviert. Und dann stand immer schön brav noch vor dem Impressum index.php slash Impressum HTML. Sieht irgendwie auch nicht so toll aus. Aber zurück auf der ersten URL zu kommen, SEO-mäßig ist das ein Problem. Und so von der Security her ebenfalls. Weil wenn ich das einfach oben bei Google mal eingebe, in URL, Doppelpunkt, Index, Fragezeichen, habe ich da mal ganz schnell 229.000 Ergebnisse gekriegt. Damit weiß ich schon, dass 229.000 Webseiten ein Zoomer verwenden. Und ich kann die angreifen. Klar, da laufen grundsätzlich riesen Abfragen drunter. Wo, ja, WordPress, also jeder Logdatei von euch taucht irgendwo ein WordPress-Hack auf. Das ist einfach so. Oder PHP-Martin, was versucht wird irgendwie auszuführen und so weiter. Aber wenn jemand da gezielt, sage ich mal, auf einer Juna-Seite angreifen will, weil er jetzt da wirklich irgendwie einen Exploit hat und will sich das ein bisschen einfach machen, klar, kann er sich solche Domain-Listen holen oder kann auch Google benutzen. Geht halt auch. Google ist in dem Fall sein Freund. Das kann man mit vielen anderen Sicherheitslücken halt auch noch machen. Das ist das Lustige daran. Also Google hilft da doch ziemlich viel. Na? Was auch leider oft vorkommt, David hat es so schön gesagt, wenn Dateien auf dem Server manipuliert werden. Ja, leider war es der JCE. Ich nehme da kein Blatt vom Mund. Es war eigentlich fast immer so, dass der irgendwie eine Lücke hatte. Dort wurden die Dateien manipuliert und dort wurden dann auch HT-Access-Dateien manipuliert. War sehr oft der Fall, wo dann im Endeffekt, wenn man die Seite direkt aufgerufen hat, hat man die Webseite gekriegt. Also sprich, der Eigentümer der Webseite, der sich das irgendwie meistens ja noch als Startseite eingerichtet hat, was ganz toll ist, um seine eigene Statistik dennoch zu verfälschen, wenn er nicht die IP gesperrt hat, hat gesagt, okay, er kriegt davon gar nichts mit. Sieht das gar nicht. Aber die Benutzer, die von Google, Yahoo, Bing oder sonst woher kommen, werden umgeleitet auf via Google oder ganz woanders hin. Das Problem ist, dass Google das erkennt, weil die Umleitungen, die dort gebaut wurden, waren sogenannte 301-Umleitungen, also SEO-konforme Umleitungen. Das heißt, die haben den ganzen Bewertungen von der Domain im Endeffekt an die andere Seite übertragen. War nicht so toll. Das Problem ist, dass wenn man das nicht relativ schnell erkennt, auch relativ schnell ein Schaden da sein kann. Das heißt, man tut seine eigene Webseite wieder runterstufen. Ob man jetzt dieses Verfahren schon Doorware-Pages nennen will, kann, will ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber es ist ein Problem. Ich mache damit meine Suchmaschinen-Optimierung kaputt. Auch da wieder, ich muss für Sicherheit sorgen. Sonst habe ich ein Problem. Diese Umleitung gab es nicht nur in der HT-Access-Manipulation. Die gab es halt auch in der Index-PHP, gab es solche Sachen halt auch schon drin. Also da muss man halt dementsprechend schauen, dass man da dementsprechend sein System sauber hält. Auch immer wieder so ein Thema Fehlerseiten. Ich kann dort Sicherheit erzeugen und kann halt auch gleichzeitig Google sagen, was tue ich dort. Wenn ich sage, ich kriege eine 403-Meldung, heißt es, der Inhalt ist da. Aber ich habe keine Berechtigung drauf. Die meisten verstehen das immer so. Der Inhalt ist nicht da. Das ist falsch. Der Inhalt ist da. Und Google versucht zum Beispiel auch, unter Umständen diesen Inhalt immer wieder neu zu indizieren. Das ist ein Problem. Versuchen halt auch die Angreifer. Auch oft gesehen. Dementsprechend kann man das umwandeln. Das Problem ist, dass man diese Umwandlung erkennen kann. Schließt aber unter Umständen den Skript-Kiddy irgendwo schon aus. Also wer da wirklich das rausfindet, kriegt das auch raus. Also das bringt gedingt was, aber man kann halt in Google im Endeffekt auch eindeutern. Also Google zum Beispiel akzeptiert das. Wenn ich sage, ich habe eigentlich eine 403, leite dich aber auf eine 404 um, erkennt Google, dass es zwar eine Umleitung ist. Google sagt aber, ich akzeptiere das. Der Inhalt ist nicht da, ist für mich in Ordnung. Soll für mich nicht da sein, ist in Ordnung. So war es bisher. Ich habe noch nichts weiteres im Endeffekt anderes dazu gehört. Und, ja, positiver Nebeneffekt. Dadurch, dass das Zeug auch nicht im Index irgendwo auftaucht, kann ich dort auch wieder weitere Angriffe minimieren. Ist ein bisschen tief im System drin, aber kann man so machen. Was seit neuestem hinzugekommen ist, jeder sollte es mitgekriegt haben, ist SSL-Verschlüsselung. Ganz wichtig. Google hat gesagt, jede Webseite, die SSL-verschlüsselt ist, gefällt mir besser, ist ein Ranking-Faktor. Jeder Hoster im Endeffekt heutzutage bietet das im Endeffekt an. SSL-Zertifikate gibt es teilweise bei gewissen Paketen sogar gratis dabei. Ob es jetzt ein Let's Encrypt-Zertifikat ist, was eh kostenlos ist. Oder auch Tavate und Symantec bieten ja auch schon dieses Start-SSL-Zertifikate gratis an. Also die genannten Hoster hinter mir haben das da auch schon alles drin. Man kriegt ein SSL-Zertifikat gratis. Fertig. Sag ich, einbauen. Macht die Sicherheit besser, weil ich verschlüsselt bin. Ich habe dadurch auch gleich mein Abinstallationsverzeichnis verschlüsselt, weil ich greife da ja drauf zu. Und natürlich, ich tue mein Ranking dementsprechend natürlich auch verbessern dadurch. Ein anderer Punkt, der da eigentlich auch noch eine Rolle spielt, eigentlich schreibt das Gesetz sogar für Kontaktformular vor, dass Daten, persönliche Daten, die übermittelt werden, verschlüsselt übertragen wird. Das steht da sehr spannmig drin, aber die Aussage ist, es muss eigentlich verschlüsselt sein. Damit habe ich eigentlich mehrere Fliegen mit einer Klappe erschlagen. Also von daher, ganz wichtig, SSL-Zertifikat aktivieren, einbinden, es geht in Joona, echt ziemlich easy. Also ist kein Hexenwert. Der nächste Knackpunkt, nicht nur SEO-mäßig, sondern auch sicherheitstechnisch, alte Versionen austauschen. Vor kurzem war wieder irgendwo im Joona-Forum, ja mein Joona läuft nicht mehr, ich habe PHP 5.2.1. Ja, läuft nicht. Sicherheitstechnisch völlig out of the box, macht Probleme, ist angreifbar. Man sollte zusehen, dass dementsprechend beim Apache, ich habe es jetzt damit hingeschrieben, den kann man in der Regel beim Hoster nicht beeinflussen. Es gibt da Hoster vor, außer man hat einen Rootserver und man kann es selber beeinflussen. Genauso wie beim Nginx. Aber PHP und MySQL kann ich in der Regel beim Hoster auswählen und auf die neue Version gehen. Stichwort hier, der Victor, glaube ich, macht nachher nach dem Mittag den Vortrag zum Thema Performance nochmal. Da kommt das nochmal extrem intensiv drauf. Also wer sich dafür interessiert, sollte auf jeden Fall zum Victor nochmal rüber gehen. Weil PHP 7, wer es schon hat und auch mit Joona mal getestet hat, glaube ich weiß, wovon ich rede. Die Performance ist brachial, was ich dadurch rausholen. Und Google möchte ja schnelle Webseiten. Das heißt, ich habe wieder den positiven Effekt. Ich habe eine aktuelle Version, die wieder vernünftig gepatcht ist und ich habe eine schnelle Webseite. Genial. Das gleiche mache ich mit MySQL auch. Die neue MySQL 5.7, 5.1, die kommen gerade durcheinander. Die ist ja jetzt im Endeffekt auch nochmal speziell angepasst. Die hat einen Performance-Schub, das ist jenseits von Gut und Böse. Ich habe das mit dem einen blauen Hoster, der nicht auf zwei endet, durchgespielt. Wir haben im Endeffekt schön SSD-Festplatten da drin, auch in der Datenbank und natürlich im Server. PHP 7.1 und die neueste MySQL-Version, das rennt wie Sau auf Deutsch gesagt. Also performance-mäßig ist das genial. Bringt auch Google, wir haben das in Google Webmaster Tools. Die Linie ging dann von den Millisekunden dann erheblich runter an der Antwortzeit. Thema First Byte, da tut der Frank ja immer seine schönen Vorträge dazu halten. Das ist genau das Thema. Ich glaube, UFO hat es nämlich auch nochmal drin. Das hat einfach riesen Vorteile. Nutzt es. Es sind ein paar Mausklicks. Wenn ich nicht irgendwelche PHP-Inis speziell angepasst habe auf Bedürfnisse, die ich dann nochmal nachtragen muss, ist die Umstellung in der Regel drei Minuten, sage ich jetzt mal. Dann habt ihr ein sicheres System, sicherer als wie vorher definitiv und auch noch schneller. Thema Formulare absichern. Wer hat sein Formular mit dem Capture abgesichert? Warum die anderen nicht? Ist das gleiche Problem wie mit Google Self-Browsing. Ich habe vor kurzem, gerade letzte Woche, den gleichen Fall gehabt. Webseite hat Spam verschickt. Weil Formular nicht abgesichert war. Riesenproblem. Das Ding hat in einer Stunde, ich glaube, 4000 E-Mails rausgehauen. Also noch relativ wenig. Server hätte mehr gekonnt. Der genannte blaue Hoster hat den E-Mail-Account, weil wir haben das nicht über PHP-Mailer im Endeffekt gemacht, sondern brav über SMTP, was in Zukunft dann nur noch so laufen wird. Und habt ihr dieses Postfach im Endeffekt, wo es drüber ging, gesperrt. Und dann haben wir erstmal analysiert, was im Endeffekt das Problem war. Klar, das Capture hat gefehlt. Problem. Die Anfragen gingen da raus und fertig. Dadurch passiert, je nachdem, also wenn bei so einem, ich sage jetzt mal, von den Hostern, die haben in der Regel ein großes Mail-Cluster und die landen irgendwann auf der Blacklist. Ist doof. Wenn man einen eigenen Server hat, ist es noch beschissener. Ich sage jetzt mal, vor allen Dingen, wenn ich so einen Pless-Server habe, wo alles drauf ist, Mail-Server, Apache, Datenbank, und der Spam verschickt, dann ist dieser Server direkt auf der Blacklist. Ist noch schlimmer. Diese Listen werden auch wieder rumgereicht und werden halt auch von Google ausgelesen. Und wenn die Webseite Spam verschickt, fliegt die auch wieder im Ranking raus. Das heißt, die Auswirkungen, die man im Endeffekt eigentlich zu beachten hat, sicherheitstechnisch unsicher, sind enorm. Und viele vergessen das. Google hat das drinnen. Plug-in, aktivieren, bei Google sich den öffentlichen und den privaten Key holen, anmelden, wenn man ein Webmaster-Konto hat, ist das kein Problem. Muss man nur noch auf den Link klicken, kriegt man die beiden Schlüssel, trägt man ins Plug-in ein. Fertig. Das Ding ist safe. Kommt erst mal nichts mehr. Also wir haben das denn spaßensalber mit dem Hoster im Endeffekt gemacht. Wir haben gesagt, schalten wir den Account wieder frei, so ganz illouffiziell. Und mal gucken, kommt da noch was? Ja, läuft noch. Perfekt. Capture rein, aktiviert. Es hat genau 10 Sekunden gedauert und das Ding war dicht. Im Live-System getestet, war lustig. Also man sieht, das Ding hat sofort gegriffen. Also einbauen. Darüber kann man sich jetzt streiten. Ich sage, es ist duplicated content. Andere sagen, es ist etwas anderes. Es hat mehrere Faktoren. Es gibt halt Webseiten, die lesen den kompletten RSS-Feed im Endeffekt einer Webseite aus und binden den Inhalt so geschickt auf einer anderen Webseite ein, dass er aussieht, als wäre er von da. Ohne irgendwie Canonical-Tags oder Baselinks oder sonstigen Kram, wo zu erkennen ist, dass der Inhalt eigentlich nicht von dieser Domain stammt. Wir hatten selber mal auf Human Security so einen Fall vor, weiß ich nicht, sechs Jahren, wo das jemand genau so gemacht hat. Den haben wir angeschrieben und haben gesagt, das sieht irgendwie komisch aus. Das wollen wir so eigentlich nicht haben. Wir wollten da kein Urheberrecht. Das ist uns eigentlich relativ jacke wie Hose. Das ist frei verfügbar. Aber er hat im Endeffekt den Inhalt so eingebunden und hat dargestellt, als hätte er den Inhalt selber geschrieben. Passt nicht. Duplicated content war es in meinem Fall auch, weil er hat den Inhalt im Endeffekt so eins zu eins drüben gehabt. Er hat aber irgendwie nicht so ganz reagiert und wollte nicht so ganz reagieren. Also haben wir gesagt, machen wir da mal eine Regel. Also die Regel ist aktualisiert. Es gab vor Jahren eine andere. Wir haben die damals ein bisschen weiter modifiziert und haben gesagt, so, du nicht. Und haben im Endeffekt eine Regel erstellt, die sagt, alles was im Endeffekt auf mein... Ich darf nur noch die Inhalte abrufen von meiner Domain. Kommt eine andere und bindet die irgendwie anderweitig ein, ob es Bilder, HTML oder sonstiges ist. Haben wir ihnen dann im Endeffekt mit einer Umleitung so ein lustiges Bild auf die Webseite platziert. Fallen seine Besucher lustig. Ich glaube, das hat nicht mal 24 Stunden gedauert, weil ich habe dann immer ständig aktualisiert, weil ich es wissen wollte. Er hat das schnell geändert. Wir konnten nicht nachvollziehen, wie viel SEO-Effekt das hatte, weil wir standen und stehen, glaube ich, immer noch mit Joomla und Sicherheit irgendwie auf Platz 1. Und es war keine Auswirkung, irgendwie messbar. Aber ich glaube, für viele andere Seiten könnte das ein Thema sein. Also je nachdem, was ich für Inhalt, sage ich mal, auch anbiete, ob es jetzt redaktioneller Inhalt ist in Form von Texte oder Bildern, kann das unter Umständen eine lustige Funktion sein, um da vielleicht ein bisschen was zu verhindern. Oder wenn man sagt, ich will da urheberrechtlich irgendwas bewirken. Natürlich kann man sowas auch aushebeln. Rechtsklick, downloaden, ich bin es halt manuell ein. Kann man natürlich umgehen. Aber macht halt Spaß. Einfach kopieren, Domain eintragen, fertig. Ihr braucht das nicht abzufotografieren oder sonstiges. Die Folien sind natürlich dann online. Oder der Bereich ist in der neuen HT Access, die wir zur Verfügung stellen, halt auch drin. Man muss es nur aktivieren und schon läuft das. Thema Backlinks. Ist ja einmal so. Backlinks ist ja immer noch das, was natürlich neben Content zählt. Am wichtigsten, wir haben viele Webseiten gesehen, wo es gar nicht auffällig war, dass da ein Hack stattgefunden hat, weil der erstmal an sich relativ unscheinbar war. Da wurden im Endeffekt Links zu irgendwelchen russischen Pornoseiten oder irgendwelchen komischen Bitcoins-Seiten und sonstiges irgendwo hinverlinkt und die wurden im Text eingebunden. Also die haben im Endeffekt teilweise hartcodiert einfach rein platziert und haben den Link da reingesetzt und haben gesagt, da ist jetzt ein Link drin und der verweist jetzt irgendwo dahin. Und die waren auch so clever und haben da auch ein paar unterschiedliche Seiten genommen. In einer Seite, dann ist es auf dem großen Text, fällt das gar nicht mal so auf. Wir hatten auch einen Fall, wo im Endeffekt ein Joomla-Modul für geschrieben wurde, das war da drin, mit einem Plug-in hintendran, was für jede Unterseite einen anderen Link generiert hat. Ziemlich gemein. Und hat natürlich immer auf irgendwelche anderen Seiten verlinkt. Das ist dann so, ja, Thema Bad Neighborhood-Linking in dem Fall, wo man dann wirklich auf, genau in die andere Richtung, eigentlich ist ja Bad Neighborhood, wenn böse Seiten auf einverlinken, aber in dem Fall gibt man diesen bösen Seiten im Endeffekt einen Link, der dann noch nicht mal thematisch irgendwo ist, ist ein Problem. Viele dieser Seiten, also in dem Fall, wo man es dann wirklich gemerkt hat, weil keiner jeden Tag diese Texte da kontrolliert hat, ist das eigentlich aufgefallen, weil die Indizierung dieser Webseite innerhalb von zwei Monaten auf eigentlich fast null gesunken ist. Also da kam auch keine Meldung von Google, das ist dann einfach in irgendeiner Statistik, wenn mal aufgefallen ist, ist die Webseite vorbei. Schwierig. Kann passieren. Also das sind Themen, man kann sowas natürlich prüfen, automatisiert, übers Monitoring-Tool. Gibt sowas wie Isinga, ja Nagios ist ja eigentlich fast tot, oder Checkmk, wo man sich so eine Regex-Befehle machen kann, um zum Beispiel den Inhalt der Webseite prüfen kann, wo Links gesetzt sind. Ich habe wirklich jemanden gesehen, der hat mal dort ein Plugin geschrieben für Checkmk, für das Monitoring-System, was genau dieses tut. Und da gab es dann eine Whitelist, wo Backlinks im Endeffekt eingetragen waren, also Domains, wo gesagt wurde, okay, auf diese Seiten möchte ich verlinken, sollte jetzt auf der Webseite irgendwo ein anderer Link auftauchen, der da nicht dritte steht, Schlag Alarm. Also da war schon sehr viel Aufwand hintergetrieben. Kann man halt so machen. Also das sind alles so Themen, der Hack kam in dem Fall auch zustande, weil das Joomla nicht aktualisiert war. Kann ich mich nur damit anschließen, wir sagen es auch, Update, 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 Backup, Backup, Backup. Ganz wichtig. Also es hat Auswirkungen. Das ist den meisten nicht klar. Also vor vier Jahren, wo wir den Vortrag mal gemacht haben, gab es eigentlich eine Vorsession in der Schweiz dazu. Die Bilder habe ich nicht mehr hergenommen dafür, weil sie nicht mehr aktuell sind, aber wir konnten an einer Webseite wirklich das nachweisen, dass es extreme Suchmaschinenoptimierungsauswirkungen hatte. Also das war, weil das über Monate hinweg haben wir das mal einfach nur mal so aus Spaß aufgebaut. Kann jeder verwenden, muss er nicht. Ansonsten haben wir viele, viele Informationen. Wie man sieht, der Screenshot ist nicht mehr ganz so nah. Da stehen noch ein paar alte Joomla-Versionen. Da steht alles auch nochmal drauf. Wir haben die neue HT-Access in zwei Versionen bereitgestellt. Einmal Standard, die eigentlich jeder in seinen Joomla reinschmeißen kann, ohne dass eigentlich was kaputt gehen sollte. In der erweiterten ist erheblich mehrere. Sollte wirklich nur jemand anwenden, der absolut Ahnung von dem Zeug hat, weil da sind wirklich ein paar Regeln drin, die nicht so ganz trivial sind und unter Umständen auch mit irgendwelchen Erweiterungen wirklich kollidieren können. Und der genialste Teil, der da jetzt im Endeffekt drin ist, ist ein relativ großer SEO-Bereich. Und zwar im Bereich Caching. Ich habe das David vorab rübergeschickt und dann kam er im Endeffekt zurück. Der Caching-Bereich ist ziemlich cool. Teilweise ist einiges von Shopware-Cloud, ein bisschen modifiziert, vieles erweitert. Man kriegt die Webseite dadurch ungefähr nochmal, also das, was wir jetzt an den Webseiten testen konnten, circa 15 bis 20 Prozent nochmal schneller. Nur mit der reinen HT-Access an Performance. Und zusätzlich waren da natürlich noch ein paar Sicherheitsfunktionen drin. Weil es David vorhin so schön gesagt hat, will ich da nochmal kurz anknüpfen. Wir haben sehr, sehr viele Regeln in dieser HT-Access drin. Viel SQL-Injections, Cross-Site-Scripting, etc. Es gibt wirklich Dinge, wo auch diese Sachen nicht helfen. Es gab Hacks in der Vergangenheit. Die sind da durchgegangen und fertig. Man kann nicht alles in der Form filtern. Muss man einfach dazu sagen. Ich habe bisher nur einen einzigen Anbieter mal gesehen, der das fast effektiv wirklich kann. Den will aber irgendwie keiner haben, weil das ist wirklich eine Hardware-Kiste, die man sich in vorm Server reinschieben muss. Und der wirklich, das ist eine reine Web-Application-Firewall, die wirklich vor Juno das checkt und nicht genau, was David auch gesagt hat. Weil ich halt davon nämlich genauso wenig diese Firewall-Extensions, was in meiner Meinung der größte Schwachsinn ist. Eine Firewall gehört vor dem System und nicht in dem System. Also klar, man kann sie irgendwo drinnen lassen. Die haben einen gewissen Schutz, sicherlich. Aber die wirklichen Angriffe muss ich vor dem System abwehren. Alles andere macht keinen Sinn. Und die tun das. Die haben wirklich Regeln, wo ich sage, Respekt. Und die tun das ziemlich dynamisch erstellen. Nachteil, mein letzter Stand ist, die Hardware kostet 15.000 Euro und irgendwie jährlich 6.000 Euro Aktualisierung. Wer da Interesse hat, sage ich auch gerne den Namen, weil ich jetzt keine Schleichwerbung machen will. Ohne Scheiße, das Ding ist echt genial. Das verwendet die Deutsche Bank. Die hat das Ding vor ihren Servern, um diese ganzen Angriffe abzuwehren. Das ist der Knackpunkt. Also es wird sich eigentlich nur für Webseitenbetreiber oder für Agenturen oder einen Hoster lohnen, das Ding da vorzubauen und nochmal komplett was wegzufiltern. Also damit kannst du wirklich Angriffe abwehren. Und ich habe die gefragt, weil die hatten dann halt ein Joomla-Logo da drin. Und ich habe gesagt, ja, was filtert ihr da in Joomla? Und da haben sie mir mal glücklicherweise mal deren Regelwerk, was statisch ist und ihr dynamisches Regelwerk mal präsentiert. Da steckt schon viel Schmalz hinter. Also da hat sich jemand echt Gedanken gemacht. Und das haben die sowohl für Joomla, WordPress, Shopware, alle gängigen Systeme gemacht. Deshalb lassen die sich das echt gut bezahlen. Und damit kannst du natürlich, also so DOS-Attacken und so einen ganzen Kram da komplett wegfiltern. Bringt natürlich seotechnisch auch wieder was. Auch so ein Thema, wenn du so eine DDoS-Attacke im Endeffekt drauf hast und so eine Webseite da irgendwie länger als wie zwei Tage oder was offline ist. Und die Webseite ziemlich interessant ist, ich sage jetzt mal spiegel.de. Und die nicht mehr da sind, ist das natürlich ein Problem. Kann ein Problem sein, kann aber auch gut sein. Wenn man den Schmarr nicht lesen will oder was. Hat alles mit SEO zu tun. Kann man sich überlegen. Es gibt aber einen interessanten Fall, den habe ich hier nicht drauf. Mit Absicht nicht. Den werde ich kurz erklären. Wer kennt die Plattform oder den Anbieter Cloudflare? Einige. Das Ding hat erheblich einen Vorteil an Sicherheit, gar keine Frage. Ich habe aber teilweise gesehen, dass das Ding bei kleinen Webseiten, ich hoffe, dass das irgendjemand mal wirklich aus dem tiefen SEO-Bereich, irgendwie hat es noch nie einer mal anscheinend getestet, vielleicht mal bestätigen kann, wie sich das Ding wirklich aus SEO auswirkt. Weil da steht keine feste IP-Adresse mehr dahinter, sondern irgendwie um die 200 dynamische IP-Adressen. Und das will ja eigentlich Google nicht. Bei großen Webseiten, ich sage jetzt mal, bei Spiegel.de ist da halt ein Kunde von denen, da ist das glaube ich egal. Ja, wie sich das auf kleineren Webseiten auswirkt, würde mich auch mal interessieren. Wir haben es mal für Tunas Security mal getestet. Wir sind runtergefallen. Sehr schnell. Also wir haben es mal einen Monat laufen lassen. Nach zwei Wochen waren wir eigentlich so gut wie nicht mehr zu finden. Nach drei, vier Wochen war da mal wieder sowas da. Also es hätte sich weitaus länger hinziehen können. Wir haben es dann wieder abgeschaltet. Vielleicht kann da jemand ja vielleicht nochmal irgendwelche andere Erfahrungen bringen. Aber das ist ein Thema, sollte man halt im Endeffekt einfach mal schauen. Ansonsten? Irgendwelche Fragen? Ja? Vielleicht an die Runde. Es geht um HTTPS. Wenn man die einschaltet und Google Analytics laufen lässt, kennt jemand eine Möglichkeit, da interne IP-Adressen auszuschließen, weil die IP-Adressen ja verschleiert werden über HTTPS. Das heißt, in Analytics kann man theoretisch interne IP-Adressen nicht ausschließen, um interne Zugriffe auf die Webseite auszuschließen. Unter Filter-Einstellung kannst du das einstellen. Da gibt es ein Filter-System und da kannst du einzelne IP-Adressen ausschließen. Das, was ich bisher getestet habe, funktioniert das auch mit HTTPS, jedenfalls die Adressen, die du in den Filter eingegeben hast. Also sprich jetzt, wenn du eine Firma hast, hast du eine IP-Adresse und da greifen 200 Leute drauf und die willst du nicht in der Statistik haben. Und bei HTTPS erkennt er in dem Fall die IP-Adresse auch, wenn du ganz vorbildlich den Anonymisieren-Tag da noch drin hast, nimmt er trotzdem die IP-Adresse und schließt die aus. Das ist jedenfalls die Erfahrung, die ich gemacht habe. Kann jemand anderes was anderes bauten? Also ich habe es gepasst, aber das funktioniert nicht. Also bei uns hat es funktioniert. Also ich habe das bei mehreren Kunden auch so im Einsatz, um die Statistiken da nicht zu verfälschen, weil die meinen das immer ganz gerne als Startseite ihre eigene Webseite einzubinden. und das ist dann immer super. Aber wir haben 300 Besucher am Tag. Ja, 290 warst du. Also es funktioniert. Also ich habe da nichts Negatives zwischenstellen können. Weitere Fragen? Nicht? Soll ich danke? so gut hier sind? Also hier ist es.